Meister, Champions League-Teilnehmer, Absteiger, wer landet wie, warum und vor allem wo am Ende der Spielzeit 21-22 die große Saisonvorschau jetzt bei den Wettfreunden. Uns einstellen sich elementare Fragen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wer wird Deutscher Meister? Wer steigt ab? Und wer schafft es in die Königsklasse? Ja, und diese heißen Eisen fassen mir zumindest teilweise an, in fußballerischer Hinsicht. Und dazu begrüße ich euch. Großartig, dass ihr dabei seid. Und natürlich begrüße ich den Jan. Ja, hallo Olli. Eine neue Saison liegt vor uns. Viele Überraschungen oder vielleicht auch weniger Überraschungen. Aber die spannende Frage ist natürlich immer, wer wird Deutscher Meister? Bayern München ist oft immer leicht zu beantworten. Und darum weichen wir beide heute ein bisschen von dieser Standardregel ab. Weil wir beide denken, die Bayern sind jetzt eigentlich mal fällig, nicht Meister zu werden. Und das hat verschiedene Gründe. Ja, klingt ja erstmal nach einer gesunden Portion Wahnsinn. Ja, das für mich. Ja, vielleicht auch das. Zumindest auch, wenn es nach den Quoten der Wettanbieter geht, die einem ja klar mitteilen, dass es sich überhaupt nicht lohnt, auf die Bayern zu tippen. Eine 1,25 gibt es da gerade mal, wenn es zum 100.000. Meistertitel käme. Ja, BVB schon eine 8 als härtester Verfolger. Leipzig mit einer 17. Ja, und dann geht es so richtig los. Leverkusen 67, Gladbach-Wolzburg 81. Und bei den Hessen aus Frankfurt ist man dann schon locker dreistellig mit einer 201 in der Spitze. Ja, und ja, dann ist der Tausenderbereich auch nicht mehr weit. Aber wir wollen ja hier nicht Fantastereien betreiben. Ja, oder ja, ganz, ganz so weit abschweifen, sondern uns mit handfesten, reellen Möglichkeiten beschäftigen. Ja, und ja, letztes Jahr waren die Bayern ja eigentlich schon, ja, sturmreif, würde ich mal sagen. Schlagbar. Ja, sie hatten ja wirklich mit einer historisch schlechten Abwehr da die Meisterschaft geholt. Und eben auch nur deshalb, weil die Konkurrenz eben viele Einladungen ausgeschlagen hat, weil sie wirklich da sich hauptsächlich mit sich selber beschäftigt hat. Weil diese Abwehr wurde jetzt verstärkt. Mit Rupamecano. Ja, keine Frage, ja, aber aus Leipzig wurde ihnen dann zugleich vielleicht noch auch ein faules Ei ins Nest gelegt, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, Julian Nagelsmann, ja, als großer Hoffnungsträger jetzt, ja, aber wie ist das zu begründen? Ja, der hat ja noch nichts gewonnen. Nüscht. Ja, also eigentlich, eigentlich unvorstellbar, dass so jemand Bayern-Trainer wird, ja. Lokalfinale verloren gegen Dortmund, wie immer gegen Dortmund verloren. Und auch in der Champions League, als dann wirklich drauf ankam, ja, das nicht gut gemacht, sehr viel Lehrgeld bezahlt, ja, und bis jetzt nicht bewiesen, dass das entrichtete Lehrgeld dann wirklich, ja, positiv, positive Effekte hat. Ja, und, ja, und, okay, er hat Münchner oder Bayerischen Stallgeruch, ja, und zwar schon immer sein Traum, Bayern-Trainer zu werden, aber das alleine kann es ja jetzt nicht begründen, ja. Und das Allerschlimmste ist ja diese enorme Ablösesumme, die geflossen ist, ja. Also bei Niko Kovac zum Beispiel, der ja eigentlich jetzt ja auch kein schlechter Trainer ist, ja, das hat er jetzt ja im Nachhinein, vorher hat er das bewiesen, im Nachhinein auch, aber bei Bayern hat es irgendwie nicht funktioniert. Ja, da hat man dann sehr schnell die Notbremse gezogen. Und das wird bei Julian Nagelsmann eigentlich nicht funktionieren können, weil einfach, ja, ja, wer da so einen mittleren zweistelligen Ablösebetrag auf den Tisch legt, der kann das nicht nach vier, acht oder zehn Wochen dann, ja, als zum bloßen Irrtum erklären. Und insofern haben sie sich da schon irgendwie einen ganz schönen Klotz ans Bein gebunden für den Fall, dass es nicht funktioniert. Und erste Anzeichen verdichten sich ja schon, ja, die Vorbereitung, die war ja nun, ja, für Münchner Verhältnisse unter aller Sau. Ja, der Saisonstart wird jetzt vielleicht auch nicht ganz so glorreich werden. Ja, viele sind ja jetzt erst sehr spät eingestiegen. Nagelsmann lernt jetzt so nah und nach erst mal seine Spieler kennen. Jetzt geht es dann gleich richtig los, ja. Das ist eh eine Frage, wie er charakterlich mit diesen Spielern klarkommt, mit Thomas Müller vielleicht, ja, aber mit Lewandowski. Also Nagelsmann ist ja auch ein sehr ehrgeiziger, ambitionierter Trainer und der auch sehr von seinen eigenen Ideen überzeugt ist. Da sind die Bayern-Spieler aber auch sehr von ihren Fähigkeiten überzeugt. Muss man mal schauen, wie das so zwischenmenschlich funktioniert. Ja, weil diese Autorität genießt, ja, das könnte zum Problem werden, ja. Und ja, letzte Saison wäre es schon möglich gewesen oder es wäre eigentlich fällig gewesen, die Bayern zu entthronen. Ja, dann ist es nichts geworden. Aber dieses Jahr gibt es eine zweite Chance und wer wird sie ergreifen? Ja, muss man auch sagen, letzte Saison, da hat ja nur das große Turnier gefehlt eigentlich, weil die Bayern spielen nach großen internationalen Turnieren ja auch immer ein bisschen schlechter. Naja, aber da sind sie ja trotzdem immer Meister geworden. Ja, in den letzten Jahren, aber sonst gab es auch viele Fälle da. Ja, 1974. EM, WM, naja, schon noch ein paar Sachen danach. Gut, lassen wir das ja. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mit Borussia Dortmund und Marco Rose ganz gut funktioniert. Jetzt ist Jadon Sancho nicht mehr dabei. Dafür hat sich Dortmund auf der Torhüterposition verstärkt mit Kobel. Also ich kann mir vorstellen, dass dort auch eine Baustelle geschlossen wurde, die jetzt Bürki oder so nochmal verursacht hatte. Also der Herr Kobel wird das wahrscheinlich besser machen. Doch, da bin ich ganz überzeugt davon. Erling Haaland ist in Topform. Der möchte sich wahrscheinlich mit der Meisterschale aus Dortmund verabschieden. Und ich kann mir vorstellen, dass er Borussia Dortmund zur Meisterschaft schießen wird. Jadon Sancho ist leider gegangen, wurde aber auch ersetzt. Und ja, wenn das mit dem Trainer jetzt funktioniert, sehe ich den BVB eigentlich ganz gut aufgestellt, dass sie eine gute Saison spielen werden können und den Bayern gefährlich werden. Ja, ich bin von Rose jetzt nicht so wirklich überzeugt. Also ich glaube, er kommt da wirklich zur Unzeit. Also auch jetzt persönliches Pech, dass das jetzt da unter seinem Vorgänger oder Interinstrainer so wunderbar geklappt hat. Der ist ja nicht weg, der ist für noch ein Verein. Der könnte im Zweifelsfall auch wieder einspringen. Der könnte wieder einspringen, ja. Aber das ist auch ein Marco Rose. Naja gut, der ist jetzt nicht so wohlgeblitten. Der hat da sicherlich keinen dauerhaften Bestandsschutz. Das ist wohl in 8 Millionen gezahlt, keine 25. Sonst eben, ja, da ist die Lunte nur ein Drittel so lang gewissermaßen. Ja, wer weiß. Also ich meine, er wird jetzt ja nicht völlig abschmieren, aber ob der jetzt zum Meistertrainer wird, habe ich doch gewisse Bedenken. Ja, und gut, bei Jess im Marsch weiß man es bis jetzt auch nicht. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das sehr gut funktionieren kann. Ja, die ersten Anzeichen sprechen dafür, dass er so einen sehr guten Draht zur Mannschaft hat und auch die Fans mit ins Brot holt. Ja, also da ist so eine ganz neue Form der Identifikation möglich. Ja, das ist ja immer dieses Plastik-Image, das den Leipzigern völlig zu Recht anhaftet natürlich. Ja, aber vielleicht ist er der Mann, der das jetzt so ein bisschen versöhnt mit dem ursprünglichen Gefühl von Fußball. Und auch die richtigen Leipziger ja auch lächzen letztendlich. Und ja, auch Nagelsmann mit seinem Ehrgeiz. Er hat es ja letztendlich nie geschafft, die Mannschaft so richtig mit ins Brot zu holen, weil es eben mal nicht funktioniert hat, wenn es drauf ankam. Vielleicht findet er da eine andere Ansprache. Die Vorzeichen sind sehr verheißungsvoll aus meiner Sicht. Ja, haben sich ja in der Offensive verstärkt. Okay, die bärenstarke Abwehr hat natürlich darunter zu leiden, dass Oppo Meccano jetzt weggegangen ist. Ich glaube, dass sie das ganz solide schließen können. Ja, und dass eben gerade Silva vorne diese Schwäche behebt, die sie eben in der Offensive hatten zum Teil im letzten Jahr. Haupttransfer. Ja, Megatransfer auf jeden Fall. Ja, und ja, dann haben sie eine extrem starke französische Fraktion. Ja, der es noch zugute kommt, dass sie jetzt auch bei der Europameisterschaft sich nicht verausgaben mussten. Ja, dass sie das mit am Fernsehen angucken konnten. Das heißt, die stehen voll im Saft von Anfang an, werden Energie haben für die gesamte Saison. Ich traue es ihnen zu. Ja, also ich war ja schon immer jemand, der gedacht oder vermutet oder geäußert hat, dass wenn Bayern irgendwann mal nicht mehr Meister wird, dass dann Leipzig in die Breche springt und nicht Dortmund oder wer auch immer. Ja, aber ja, in dieser Saison traue ich es ihnen wirklich mehr denn je zu. Und ja, vielleicht ist es tatsächlich soweit. Eine Quote von 17 ist auf jeden Fall ein guter Anlass, mal einen kleinen Betrag zu setzen. Ja. Wenn du das nochmal toppen willst, dann wäre eine gute Option, auf das Double zu setzen. Ja, bei den Bayern lohnt sich das natürlich auch nicht. Eine 2,1 Grad mal dafür. Ja, selbst das Triple bringt gerade mal eine 15 eigentlich fast eine Unverschämtheit, wenn man sich anguckt, was da gerade in den anderen europäischen Topklubs so los ist. Aber ja, so sind halt die Quoten im Moment. Ja, holt der BVB gerade mal das schnöde nationale Double. Kann ja nicht so schwer sein. Gibt es ein 25? Das glaube ich aber nicht. Also Dortmund möchte wirklich sehr gerne mal wieder Meister werden und war jetzt auch in der Zwischenzeit schon zweimal Pokalsieger. Ich glaube, das mit dem Pokal ist jetzt nice to have. Aber es geht es jetzt doch darum, mal wieder die Schale einmal um den Borsigplatz zu tragen. Ja, vielleicht bringen es ja die mal ausgeborgen von den Leipzigern. Die werden sich da ja bestimmt nicht klinken lassen. Ja, spannend. Also wir sagen beide, Bayern wird nicht Meister, weil es bringt auch nichts darauf zu wetten. Wir, Olli vermutet Leipzig, ich vermute den BVB. Wer landet denn dann auf Platz 4? Ja, oder zumindest in den Top 4. Ja, also weil die drei Mannschaften, die wir jetzt ja näher beäugt haben, die scheinen doch da ziemlich sicher gesetzt zu sein. Für die Bayern kann man nicht mehr auf eine Champions League-Platzierung wetten. Ja, selbst BVB bringt nur eine 1,02. Dortmund eine 1, Leipzig eine 1,3. Jetzt auch nicht so berühmt. Ja, und dann wird es erst ein bisschen interessanter Leverkusen, 1,9. Gladbach 2,4. Die Wölfe auch. Ja, und ja, Frankfurt dann eine 5,0. Also, tja, aus diesem Quartett oder vielleicht kommt noch eine 5. Mannschaft dazu, halte ich es doch für am wahrscheinlichsten, dass es Gladbach macht. Ja, also wir haben jetzt einen sehr fähigen Trainer abgeworben als Marco-Rose-Ersatz. Ja, Hütter, der hat ja schon gezeigt, dass er Mannschaften auf ein sehr stabiles Niveau hieven kann. Ja, und das auch über Großteile einer Saison. Vielleicht klappt es diesmal noch länger, ja. Und, tja, vor allen Dingen haben sie den großen Vorteil, dass sie eben in der letzten Saison dann so abgelust haben, dass sie ja nicht mehr international zugegen sind. Ja, letzte Saison war es ja extrem gerafft, schon der Spielplan. Ja, das ging ja wirklich an die Grenzen des Machraben für Menschenmaterial. Jetzt eine sehr kurze Pause, gerade für die EM-Fahrer noch, ja. Und insofern ist das ein großer Vorteil, glaube ich, wenn jetzt eben dieses internationale Geschäft nicht mehr stört, ja. Und da sollten sie doch ganz gute Chancen haben, das dann eben jetzt wieder mit einem Einzug in die Champions League zu grünen. Da bin ich komplett deiner Meinung. Ich traue auch Gladbach und der Adi Hütter da wirklich eine gute Saison zu, auch weil die anderen Vereine wahrscheinlich ein bisschen schwächeln werden. Adi Hütter hat ja auch schon persönlich gemeint, Champions League würde ihn doch sehr freuen. Und ich traue ihm das durchaus zu mit dieser Mannschaft. Ja, also gerade die Wölfe, dass die jetzt Platz vier bestätigen mit Van Wommel ist relativ abwegig, finde ich. Finde ich auch, ja. Da war ja jetzt schon der Auftakt mehr als unglücklich, muss man ja ehrlich sagen. Das ist doch so nett formuliert noch. Ja, und die Frankfurter, die müssen wir mal gucken, sind mein Kandidat für die negative Überraschung der Saison. Kann ich da gleich mal gucken lassen. Ja, also die haben ja unter Hütter wirklich lange Zeit über dem Limit gespielt. Ja, und haben ja, auch wenn das Ende dann ernüchternd war und als Niederlage wahrgenommen wurde, immer die drittbeste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Ja, und jetzt sind ja alle Entscheidungsträger weg, sozusagen. Ja, und ja, auch wichtige Schlüsselspieler, also gerade Silva, der ja als alles rund lief, lange Zeit für die Hessen, der da wirklich der Unterschiedsspieler schlechthin war. Ja, ja, andere Offensivkräfte sind dann auch wieder zu ihren Stammvereinen gewechselt und ich glaube, dass da jetzt wirklich deutlich kleinere Brötchen gebacken werden. So ganz eng wird es natürlich nicht, wenn man nach unten blickt, aber zweistelliger Tabellenplatz, ich glaube, das wäre jetzt, würde mich nicht überraschen. Im Gegenteil, ich wäre meine Vermutung, dass die Frankfurter jetzt sich erstmal wieder weiter hinten anstellen. Ja, ich sehe die Frankfurter schon noch im weiteren Kreis um die internationalen Plätze, dort sehe ich vor allen Dingen auch Leverkusen, die, denke ich, auch wieder da oben mitmischen werden. Ja. Und es gibt ja, vielleicht kommt ja noch eine Überraschung von weiter unten dazu. Ja, hast du eine Überraschungsmannschaft in Betto? Naja, für die Euroleague so fällt mir jetzt, abgesehen von den genannten, keine weitere Mannschaft ein, aber du hattest doch da. Ja, ich bin ja berühmt dafür, dass ich immer mal einen raushaue. Letztes Jahr lag ich ja mit Hoffenheim nicht ganz richtig. Schön verhauen da an der Pall. Die hatte ich ja sogar in die Champions League getippt unter Sebastian Hoeneß, dem ich da große Dinge zugetraut hatte als damals amtierender Drittligameister. Aber war natürlich auch unglücklich gelaufen, ja, gleich mit den vielen Corona-Ausfällen und ja, die sind ja die gesamte Hinrunde nicht auf die Beine gekommen. Am Ende wurde es dann etwas stabiler. Ja, vielleicht ist das für die Hertha jetzt gar kein gutes Zeichen, dass ich dem jetzt eine besonders positive Saison zutraue. Wie gemein. Ja, ich tue es auf jeden Fall. Ja, ich meine, Pal Dardai muss nicht mehr beweisen, dass er bei Hertha funktioniert. Ja, ich glaube, da beißt man sich immer noch in den Hintern für den Umstand, dass man ihn damals bei der ersten Amtszeit ohne jede Not ausgetauscht hatte. Weil danach wurde es ja nicht besser bekanntlich, sondern irgendwann dann so schlecht, dass man ihn zurückgeholt hat. Das haben jetzt ja andere Leute zu entscheiden. Fredi Bobic ist ja auch mit an Bord. Ja, das stimmt. Dem traut er doch auch durchaus mehr zu. Und der hat ja als erste Amtshandlung gleich mal Boateng zurückgeholt. Cool. Ja, also interessante Transfers auf jeden Fall, ja, die, ja, mal schauen, wie die einschlagen. Andererseits kommt es da gar nicht so auf die Verstärkung an, nach meiner Meinung, ja, sondern der Kader, der war jetzt schon in den letzten beiden Jahren eigentlich sehr gut bestückt. Da geht es ja vielmehr darum, dass man das Potenzial mal abruft. Denn Torst hat ja da schon Millionen über Millionen und noch mehr Millionen reingebuttert, ja. Das heißt, da sind ja jetzt keine Blinden unterwegs, aber die Trainer bisher haben da eben viel zu wenig draus gemacht. Daher traue ich es zu, das zu stabilisieren, ja, dass sie da mal Struktur reinbringen. Und da könnte, wenn alles glatt läuft, eine Top-6-Platzierung draus springen. Dass die Wettanbieter das jetzt nicht als völlig illusorisch sehen, zeigt die Tatsache, dass eine Champions-League-Platzierung gerade mal eine 7,5 bringt. Also schon eine schöne Quote, aber weit davon entfernt eine Sensationsquote zu sein, ja. Und ja, Königsklasse würde ich jetzt noch nicht mal so weit gehen, ja. Aber Top-6 wäre natürlich ein Riesenerfolg für die alte Dame, die ja jetzt wirklich immer sehr alt ausgesehen hat. Interessanter Ansatz. Also könnte die Hertha dann auch was mit dem Abstieg zu tun haben, wie dann die Frage geht es nach den Wettanbietern, ist es eher unwahrscheinlich. Ja, gibt es eine Quote von 18, genauso wie für Hoffenheim, ja. Da sind wirklich, da ist die halbe Liga noch dazwischen. Und ganz oben als Top-Kandidaten sind natürlich die zu erwartenden Wackelkandidaten, erstmal die beiden Überraschungsaufsteiger Fürth und Bochum, jeweils eine 2,25. Ja, und dann als drittes natürlich der Überraschungs-, ja, Überraschungswiederholungstäter in der Bundesliga Bielefeld, ja. Also alle außer dir hatten ja im letzten Jahr darauf spekuliert, dass Bielefeld absteigt. Du hast das natürlich bewusst, wie auch immer. Ja, aber die verrate ich nicht. Das müsst ihr selber herausfinden. Ja, ich bin da dran. Ja, eine 3,5, ja, also sind natürlich wieder ganz oben mit in der Verlosung, aber jetzt haben sich wirklich eben zwei Teams noch gefunden, die als noch blinder eingeschätzt werden, um es mal ganz böse auszudrücken, ja. Und davor sollten dann Mannschaften wie Köln und Augsburg davon profitieren, die ja jetzt wirklich auch immer zittern mussten bis zuletzt, gerade die Kaisbrücke, ja. Aber dadurch, dass jetzt vermeintlich qualitativ schlechteres Material nachgekommen ist, gibt es da jetzt schon eine 5 für einen Abstieg. Ja, mein Bielefeld der aktuellen Saison ist der VfL Bochum, denen ich den Sprung auf den Relegationsplatz zutraue und tatsächlich auch die Chance dann in der ersten Bundesliga zu bleiben. Ja, bei Bochum, ja, den eilt natürlich dieser Ruf voraus, der Unabsteigbar, ja. Und auch wenn sie jetzt ja sehr, sehr lange zu einer Art Urgestein der zweiten Jäger geworden sind, ja. Ja, schön, dass sie wieder da sind. Es ist wunderbar, dass sie wieder da sind. Freue ich mich wirklich drauf, die zu sehen. Ja, das werden ganz stimmungsvolle Grottenkicks werden, die ja auch zur Bundesliga gehören. The Return of the Blutkrieg. Ja, aber ja, vielleicht überraschen sie ja positiv, auch spielerisch, ja, was sie ja in der zweiten Liga definitiv getan haben. Ja, also das war ja sehr beeindruckend, diese Performance. Ja, jetzt werden natürlich kleinere Brötchen gebacken, aber sie haben so dieses Zeug doch, sich da richtig reinzubeißen. Ja, dafür sind die gemacht und ich schätze sie auf jeden Fall so ein, dass sie eine bessere Rolle spielen werden als Fürth, ja. Die ja schon in der ersten Bundesliga-Saison, die sie ja vor einiger Zeit hatten, ich glaube 2013-Fürsten waren. Die gehen direkt wieder runter. Ja, die da wirklich keinen guten Eindruck hinterlassen hatten. Die hatten ja die gesamte Saison keinen einzigen Heimsieg eingefahren, ja. Vier Auswärtssiege immerhin. Der letzte witzigerweise in Stuttgart damals, 2 zu 0. Ja, da geht es jetzt gleich am ersten Spieltag hin. Vielleicht ein gutes Omen, aber wahrscheinlich nicht. Nein. Ja, und ja, also Fürth sehe ich doch etwas abgeschlagen, muss ich sagen. Ja, und bei Bielefeld könnte es dann das verflixte zweite Jahr werden. Ja, also ich glaube, da sind wir jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Da sind wir komplett einer Meinung. Ja, ja, Bochum, die sollten gerade zu Saisonbeginn eben von so einer Euphorie noch profitieren, bin ich relativ überzeugt, ja, dass da so eine ganz besondere Stimmung, Mentalität, Stärke, an den Tag gelegt wird, ja, die dann eben durchaus das Potenzial hat, zumindest auf Rang 16 zu führen. Und ja, erfahrungsgemäß ist ja Rang 16 beinahe automatisch gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt. Ja, das gab ja wirklich wenige arme Seelen, die dann diese Bonuschancen nicht genutzt haben. Ja, selbst in Kölnern war es im letzten Jahr ja gelungen. Ja, in Köln, ja. Ja, warum sollte Bochum nicht sich ein zweites Jahr verdienen? Ja, sehe ich ganz genauso. Genau. Fürth und Bielefeld erwischt das direkt. Und Bochum bleibt da wahrscheinlich über die Relegation drin. Ja, aber speaking of the Kölner, da ist mit Steffen Baumgart jetzt einer an der Seitenlinie, dem ich da auch durchaus den Klassenhalt direkt zutraue. Die Kölner, das wird wahrscheinlich schon so ein zweistelliger Tabellenplatz werden, aber für mich bleiben die in der Liga. Augsburg natürlich auch in meiner Verlosung. Bei Augsburg muss man auch mal gucken. Die könnten natürlich auch noch weiter runterrutschen. Markus Beinzehl hat eben auch schon gezeigt, dass er da sehr gut funktioniert. Und insofern, ich glaube schon, dass sie das irgendwie wuppen werden, jetzt ja ohne die ganz großen Probleme vielleicht zu sagen. Was macht denn der VfB Stuttgart? Die könnten ja auch noch runterrutschen. Ja, es gibt eine Quote von zehn, sind sie eigentlich ein gutes Stück weg. Aber eben auch das verflixte zweite Jahr und dachte, sie ist ja schon bei ihrer letzten Bundesliga-Episode erwischt. Damals hatten sie ja auch ein richtig starkes erstes Jahr abgeliefert, einstelliger Tabellenplatz, so ähnlich wie in der Vorsaison. Und dann ging es im zweiten Jahr nach unten. Ja, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dafür ist die Konkurrenz dann doch zu minder bemittelt. Ja, und den Schwaben da diesen Super-GAU androhen zu müssen, jetzt aus unserer Sicht. Ja, einer der ewigen Kandidaten ist ja auch FSV Mainz 05. Aber die haben so eine fantastische Rückrunde gespielt, dass sie da eigentlich gar nicht mehr irgendwie mit auftauchen in diesen Statistiken. Oder was gibt es denn für Mainzer Abstieg? Doch, die sind gar nicht, mit einer Sieben sind sie dabei, also auf einem Niveau wie Freiburg, gar nicht so weit hinter Köln und Augsburg. Aber das, ja, also das wäre schon ein Ding, wenn Bo Svensson, der ja so mega eingeschlagen hat, also ja, da kann man ja wirklich jedes Superlativ bemühen, was einem einfällt für die letzte Rückrunde, nachdem in der Vorrunde ja gar nichts ging. Ja, wenn die jetzt wirklich plötzlich wieder anfangen zu dilettieren in dem Maße, dass es dann wirklich ganz eng wird. Also ja, ich meine natürlich, muss man die Kirche im Dorf lassen. Ja, das wird jetzt nicht jetzt in einem einzigen Siegesrausch so ewig so weitergehen. Aber eine stabile Saison traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Ich auch. Ja, und mein Geheimtipp auf den Arbeitsklappenkampf, Abstiegskampf ist die TSG Hoffenheim. Das kann mir durchaus vorstellen, dass die Kraichgauer da nochmal sehr tief unten reinrutschen. Ja, das ist jetzt die Retour-Kutsche für das Vergangenen Jahr. Aber ja, mal schauen. Also ja, vielleicht sind sie jetzt ja doch die positive Überraschung mit etwas Verspätung. Ja, manchmal braucht es ja ein Jahr Anlaufzeit und wenn jetzt nicht alles gegen sie läuft, aber ja, im letzten Jahr haben sie es ja wirklich geschafft, dann oft unter ihren Möglichkeiten zu bleiben. Ja, ich persönlich glaube es nicht, weil sie sich ja gerade gefangen hatten am Ende der Saison. Aber ja, neue Saison, neues Glück, vielleicht auch neues Pech und vielleicht ist ja Hoeneß keine lange Zukunft mehr beschieden. Aber das gibt eine Quote von 18 Prozent. Also wer einen Geheimtipp für einen Abstiegskandidaten von mir hören möchte. Ja, das ist halt kein Schnaps, das sind ja keine Prozente. Naja, gut. Was glaubt ihr denn, wie die Bundesliga-Tabelle am Ende aussehen wird? Schreibt es doch mal in die Kommentare oder wo liegen wir komplett falsch? Welche Aussagen unterstützt ihr? Ja, gerade bei den Überraschungen positiver oder negativer Hinsicht würde es uns eher interessieren, wen ihr da auf dem Zettel habt. Vor allen Dingen auch warum. Ja, unterstützt uns moralisch bei unseren alternativen Meisterwetten. Ja, wir können es gebrauchen. Ein bisschen fühlt es sich ja schon komisch an, gegen die Bayern zu tippen, muss man ja ehrlich sagen. Aber ja, dem Mutigen gehört die Welt. Warum nicht in diesem Fall? Ja, verzagt sie mir dafür dann bei den Abstiegsbetten. Ja, da haben wir dann wieder uns doch sehr an den allgemein etablierten, anerkannten Meinungen langgehangelt. Ja, wo seht ihr es anders? Schreibt uns gerne, begleitet mit uns den ersten Spieltag vor allen Dingen. Folgt uns, würde uns sehr freuen. Ja, und dann schaut wieder rein, wenn es dann demnächst in den zweiten Spieltag geht. Da sieht man ja meistens schon etwas klarer. Ja, aber wir sind trotzdem voller Hoffnung, dass auch der erste Spieltag, ja, ein voller Erfolg werden könnte. Wir haben uns auf jeden Fall bestens vorbereitet, alle Statistiken beigelegt. Schaut doch vielleicht nochmal rein, nachträglich in unser Video zum ersten Spieltag. Ich glaube, das lohnt sich. Und dann, ja, ein wunderbares Wochenende für euch. Und dann, ja, ein wunderbares Wochenende für euch.